Ehm, Controller? Okay, Abfahrt, Abfahrt! Ah ja, Hallihallo liebe Leute, herzlich willkommen! Ich bin lila, der Blatt ist lila und Manu ist blau, was fast lila ist. Wir spielen Snacky Buzz, ihr habt dieses Spiel so geliebt. Es hat funktioniert so, wir haben hier Plattformen, wir sammeln die Leute auf und dann müssen wir die irgendwo abgeben. Und ich weiß nicht wo. Wo müssen wir unsere Leute... Haben blau nicht! Das war der hallo nicht! Wer ist da wo blau ist? Oh mein Gott! Ah ja! Ja ich hab's! Oh ok, und jetzt ist der Punkt weg. Manu hat ihn quasi geklaut, jetzt müssen wir aber alle anders hinfahren. Ja, und dann kriegt man immer mehr Anhänger. Und wer am Ende am meisten Anhänger hat gewinnt! Haha! Oh no! Nächstiges Spiel! Aber es gibt doch später irgendwie krasse Items. Ach man kann Gas geben? Hä? Hast du nie? Hast du nicht Gas gegeben? Ich bin... Hilfe! Äh, Linksglück. Irgendwer hat mich gerade... Ich hab mich mies abgeschossen. Hä? Ich bin durch den Himmel! Ich bin durch den Himmel! Ich auch! Sobald man einmal stirbt, ist man im Himmel! Was passiert hier? Es gibt jetzt neue Maps im Multiplayer. Man kann komplett sterben. Das ist die Paris-Map an alle Snakey-Buzz-Fans da draußen. Ihr könnt jetzt endlich wieder spielen. Haha! Ich schweb immer noch im Himmel! Hallo, ich wollt hier abgehen! Wie kommst du denn nicht raus? Nee, ich nicht. Sorry, mein Bus ist wieder voll. Ich geh sammeln und ich... Der längste Bus... Nein! Nein! Man hat irgendwie gesprungen! Wie hat man gesprungen? Ähm, wo da kannst du mir... Ach so, Controller. Ich bin ins Wasser gefallen. Ah, rechts in die Schultertaste. Ok. Was passiert, wenn man ins Wasser fällt? Warum flieg ich? Ja, ich flieg... So einen langen Bus! Das ist die neue Map. Die wurde noch nicht ganz optimiert. Die ist quasi noch in der Beta. Wie lange respawn ich? Ich dreh mich immer noch. Ja, ich war grad fünf Minuten im Himmel. Crash irgendwo gegen. Ich bin wieder in der Luft! Wie verpackt ist das? Aber wo gibt's denn Items? Wenn ich sterbe? Ja. Also wenn du stirbst, hast du... Nein! Alles weggespringt! Oh mein Gott! Wenn man ins Wasser... Ach so! Ja! Und ich fall immer... Ich bin noch nicht runtergefallen. Ich bin immer noch im Himmel. Du musst irgendwo gegencrashen. Was heißt irgendwo gehen? Ich bin mitten im Himmel. Alter, wer wollte mich da abschießen? Ich... Hey! Ich fall immer... Du fliegt nur um an meine eigene Achse. Meint ihr das? Aber nicht versagen. Es gibt auch noch andere Maps. Da fliegt man vielleicht nicht durch den Himmel. Also... Snacky Buzz-Fans... Können immer noch... Noch spielen. Ich kann nix machen. Ihr müsst irgendwo in der Luft gehen, Cracker. Ich hab's irgendwie... Wart ihr... Wart ihr schon mal in Paris? Ja. Ich nicht. Wie war's? War echt nice. Paris nice. Ich hab da... Ich hab da Froschchenkel gefressen. Und Schnecken. Was? Ja. Halbwürig. Stell dich mir eklig vor. Oh! Ich bin gleich gelandet! Ich bin wieder am Boden. Nein! Geiles Game! Danke, Maudado, dass du mich eingeladen hast. Kein Ding! Es gibt auch noch mehr Maps. Warte ab! Ich will mich töten. Sieht das eklig aus. Iiiiih! Das tut dir sogar weh! Gib Gas! Die Map kenn ich. Wir haben bei Hand of Blood grad eben schon ein ultra-nices Spiel gespielt. Wo wir ein Feuer gelöscht haben. Das war richtig gut. Wenn das Video kommt, müsst ihr euch angucken. Bitte schaut das Video nicht. Nee, nee. Das wird bestimmt nicht hochgeladen, Jungs. So ne Scheiße. Wo krieg ich denn Items her? Das... Weit ich auch noch nicht. Hallo, Donga! Ja, aber guck mal. Guck mal, guck mal. Hier werden wir jetzt richtig lang. Das ist die Zukunft, Mario. Das ist Fortnite. Aber Items ist echt so'n Ding, ne? Das ist Fortnite. Ja, ich hatte das Gefühl, wir haben das angepatcht schon. Früher hat man mehr Items bekommen. Aua! Früher konnte man richtig ausrasten mit einem. Ja! Das meint bitte. Nein! Hand of Blood! Ah! Du hast mich weggeflippt! Ich sterb. Wow. Okay, danke. Ich hab' ne Rakete! Nein, 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 nein! Nicht auf mich! Ich hätt' dich fast... Verberstet! Ich bin aus der Map, du hast mich aus der Map gekickt und hier gibt's keine Death Zone! Ich? Ja! Dann flieg zurück! Nice! Erstmal Video kaputt gemacht! Endlich lang aus der Map! Leute! Keine Hoffnung verlieren! Oh mein Gott! Ich flieg wieder... Ich hab bestimmt noch'n Comeback! Ich kann... Oh mein Gott! Ich glaub, du sprengst mich weg! Ich seh' die Map von unten, Leute! Aber ich bin halt so lang, dass ich's gar nicht spür! Und dadurch kannst du mal mitspielen! Tue ich! Hat aber Recht! Ich bin so gespannt, wer gewinnt! Oh! Oh Mann! Ich weiß! Ich versteh' nicht mal! Ich versteh' nicht mal diese Statistik! Wer hat gewonnen? Ja, ich! Die ganz linke Spalte! Ganz links! Germ, let's play! Ja! Nee! Ganz rechte Spalte eindeutig! Hand of Love mit 172 Brustpile zerstört! Leute! Guck mal meine Statistik! Manu hat mich einfach gesniped! Okay, Leute! Der Klassiker! Jetzt ist es ein richtig ernstes Duell! Wer das gewinnt, gewinnt alles! Und was gewinn ich? Äh... Alles! Ich hab ne... Ich hab ne Item! Wer ist da vorne? Bombay war das! Ja! Hallo! Meine Farbe! Ich weiß nicht mehr, welche Farbe ich bin! Warum sind alle Farben oben? Nein! Der hebt wieder! Nee! Hier auf der Map! Hier auf der Map gibt's ne stabile Meta! Die ist wirklich fair! Ey! Ich hab grad abgeliefert! Ja, aber du hast ne Rakete auf'n Dach! Oh mein Gott! Gefährlich! Hallo! Aua! Ey! Nein! Ja! Kann ich mal... Ich will das abgeben! Nicht mit mir! Ey! Oh mein Gott! Ich hab ja abgeballert! Alter! Wie laut das auch ist! Wie laut das auch ist! Das zahl ich euch ein! Ey! Mache! Ich war das nicht! So, Schluck Wasser! Wir kommen halt nicht über eins! Ja, ich weiß! Ich weiß! Das ist... Nein, 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 nein! Ich bin im Wasser! Ich bin wieder im Himmel! Nein! Ey! Ich bin wieder bei den Norden! Hilfe! Ich flieg wieder! Leute, ich hab ne Idee... Ich kämp' einfach! Oh ne! Das ist meins! Das ist meins! Komm schon! Nein! Das ist meins! Das ist meins! Ja! Nein! Das war so knapp! Alter! Wer hat da zwölf Leute? Oh! Okay! Vergiss es! Hm... Leute, wie landet man denn jetzt? Einfach was rammen, Manu! Einfach was rammen! Einfach was rammen in der Luft, Manu! Na ja! Okay, mal ich! Seht ihr mich da? Ja, ich hab was gerammt! Easy! So! 26! Ja, das hat sich erledigt! Bitte, Jesus Christus! Danke! Okay! Wer will sterben? Wer ist da denn lange? Icke! Nein, bitte nicht! Oh nein! Mann! Oh Mann! Ich seh das nur so... Wie er da Auge macht mit seinem Randbock! Nein! 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 Du! Ach man! Wer ist türkis, den mach ich jetzt richtig! Ich bin türkis! Ne, ne, ne! Na? Ich hab dich komplett zu stören! Ich hab dich komplett zu stören! Ich hab dich komplett zu stören! Und Zombie auch! Wer ist das? Wer ist das? Lila ist Zombie, oder? Wieso sind wir alle wieder lila, türkis, blau? Was soll die Scheiße? Ich bin der eine Lila, der alle verloren hat! Ja, wie nice! Guck mal! Wir spielen schon 5 Minuten, keiner hat was! Keiner hat was! Was? Eigentlich muss man... Eigentlich muss man sparen und erst am Ende abgeben, dann kann man die nicht verlieren! Ja, aber dann kriegen wir auch keine Items! Das stimmt! Oh, Gleichstand! Wer ist der andere Kranke? Hi! Aua! Oh, Manu! Verfehlt! Also, Porgas! Ja! Porgas! Nein! Was? Äh... Wir Champ! Haha! Hey! Das ist halt so krank knapp! Hi! Hey! Manu! Ich hab dein ganzes Leben zerstört! Ich hab als einziger noch! Hä? Nicht Team, das ist verboten! Oh mein Gott! Wer hat der 7? Ja und? Gib mich doch! Manu, weg mit deinem! Weg mit meinem einen Wagen! Den hab ich mir nicht verdient! Nein! Ich bin gestorben! Ich hab 4! Jetzt schwirbel ich wieder in der Luft! Ich hasse! Rambas! Wie gesagt! Ja, ja, danke! Ich weiß, das... Ihr glaubt mir nicht, aber das geht so! Ich bin viel zu hoch, um irgendwas zu rammen! Es ist so ein dummer Tipp! Wirklich! Junge! Es hat bei mir zweimal funktioniert! Cool! Kann ich ja nichts tun, wenn du es nicht kannst! Junge, ich meine... Abwärtsbewegung! Das haben wir mich selber angespuckt! Toll! Cool! Ja! Ich geb noch ab! 4 Leute, 4 Leute! Oh mein Gott! Ja! Ich hab gewonnen! Cool! Herzlichen Glückwunsch, Manu! Danke! Schaut bei den Anden vorbei! In der Beschreibung verlinkt! Tschüssi! Tschüss! Ciao! Ciao! Ciao!